Vor kurzem habe ich eine sehr interessante Frage zum Thema Tonleitern erhalten. Warum gibt es eigentlich eine S-Dur-Tonleiter, aber keine Dis-Dur-Tonleiter? Wüsstest du die Antwort? Wenn nicht, bleib dran! Hallo, hier ist Christian Konrad mit einem Musiktheorie-Grundlagen-Video, könnte man sagen. Es geht um den Aufbau der Dur-Tonleiter. Viele haben es nicht komplett verstanden, merke ich immer wieder. Zum Beispiel, warum gibt es B-Tonarten und Kreuz-Tonarten? Was soll das alles? Warum hat D-Dur zwei Kreuze, F-Dur ein B? Viele haben das in der Schule mal stur auswendig gelernt, wissen aber überhaupt nicht, was ist der Hintergrund? Wie kann man das ganz einfach erklären? Und das mache ich heute. Ein Großteil der Musik, die wir hören, die wir spielen, basiert genau genommen auf der Dur-Tonleiter. Nach diesem Video wirst du in der Lage sein, selbst im Kopf jede beliebige Dur-Tonleiter zu bilden und du kannst dann sagen, wie viele Bs oder wie viele Kreuze passen zu der Tonart und warum ist das so. Meine musikalische Ausbildung hat am Klavier angefangen, lange bevor ich die erste Gitarre in der Hand hatte. Ich möchte dir die Grundlagen mal auf der Tastatur zeigen und wir übertragen es dann auf die Seiten. Wenn es eine einzige Dur-Tonleiter gibt, die wir alle in der Schule irgendwann mal gelernt haben, dann ist das wahrscheinlich die C-Dur-Tonleiter. Beim Klavier ist es wunderschön zu sehen, wenn man eine weiße Taste herunterdrückt, ist das immer ein Ton der C-Dur-Tonleiter. Die C-Dur-Tonleiter-Töne werden auch als Stammtöne bezeichnet. Das ist gewissermaßen erstmal die Grundlage, aus der wir dann auch andere Tonleitern bilden. Weiße Tasten heißt, wir sind in C-Dur. Und jetzt siehst du ja aber, dass zwischen den weißen Tasten ein bisschen unregelmäßig auch noch schwarze Tasten angeordnet sind. Man könnte jetzt sagen, die schwarzen Tasten sind Zwischentöne, Nebentöne oder die Hilfstöne. Das sind jetzt aber keine Fachbegriffe, also nicht Lernen. Es geht nur ums Verständnis. Die C-Dur-Tonleiter beginnt, wie der Name schon sagt, mit dem Ton C, den wir auf der Klaviatur immer links von der Zweiergruppe schwarze Tasten finden. Also links von den beiden schwarzen Tasten, von der linken der beiden, befindet sich der Ton C. Wenn wir jetzt von der Taste C zur zweiten Taste gehen, das ist die Taste D, dann sehen wir, dass dazwischen ja noch eine schwarze Taste gelegen hat. Wir merken uns deswegen, C ist von D zwei Halbtonschritte entfernt. Also die schwarzen Tasten werden als Halbtonschritte mitgezählt. Also ich habe C als Anfangston, dann kommt die schwarze Taste, Cis wird die bezeichnet, und dann bin ich beim Zielton D angelangt. Es sind noch zwei Schritte weiter, zwei Halbtonschritte. Diese Struktur müssen wir uns merken, sie gilt nämlich später auch für alle anderen Dur-Tonleitern. Vom Anfangston angefangen, geht es zwei Halbtonschritte weiter. Dann haben wir den dritten Ton der Dur-Tonleiter, also die dritte schwarze Taste E. Von der zweiten zur dritten Taste haben wir auch noch eine schwarze Taste dazwischen. Also ist das wieder ein Abstand von zwei Halbtonschritten. Nach D kommt Dis, die schwarze Taste, und dann erst E. Vom dritten Ton der Dur-Tonleiter E geht es zum vierten Ton F. Zwischen E und F ist keine schwarze Taste, deswegen sagt man, zwischen E und F ist nur ein Halbtonschritt. Das ist sozusagen eine der zwei Ausnahmen der Dur-Tonleiter. Wir haben meistens eine schwarze Taste dazwischen, aber nicht immer. Zwischen E und F ist keine, also ist der Abstand kleiner. Man sagt, es ist nur ein Halbtonschritt. Von F zu G ist eine schwarze Taste dazwischen, Fis, also ist ein Ganztonschritt. Zwei Halbtöne ist gleich ein Ganzton. Von G zu A ist ein Ganztonschritt aufgrund der schwarzen Taste. Von A zu H ist auch ein Ganztonschritt. Bei H ist die Besonderheit, dass man die Ton auch B nennen kann. Im Deutschen ist es unnötig verkompliziert. International gibt es kein H, sondern nur B. Also du musst einfach beide Namen kennen dafür. Von B zu C ist wieder ein Halbtonschritt. Also wir kommen wieder bei einem C raus. Man sagt nur eine Oktave höher. Oktar ist immer was mit 8, weil es die achte Taste wieder ist. Die achte weiße Taste auf dem Klavier. Wir haben also an zwei Stellen einen Halbtonschritt gehabt. Oder eine Stelle ohne schwarze Taste dazwischen. Zwischen E und F und zwischen B und C. Wenn wir jetzt aber mal weg von den Namen der Töne gehen, dann können wir das Ganze auch als Formel einfach formulieren zur Bildung von weiteren Durotonleitern. Wir könnten sagen, wir haben einfach diesen Startton plus zwei Halbtonschritte weiter, nochmal zwei Halbtonschritte weiter, dann geht es einen Halbtonschritt weiter zum nächsten Ton, Ganztonschritt, 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 Halbtonschritt. Einfacher ist es zu merken, wir haben immer Ganztonschritte, außer vom dritten zum vierten Tonleiterton und vom siebten zum achten. Genau genommen gibt es ja nur sieben Durotonleitertöne. Der achte hat wieder denselben Namen wie der erste. Das ist die Formel für jede Durotonleiter. Also diese Struktur sollte man einfach auswendig kennen. Jetzt übertragen wir es auf die Gitarre. Wir nehmen uns die zweite Seite dazu. Du weißt, immer von der dünnsten Seite fängt man an zu zählen. Also die B-Seite. Da haben wir nämlich das C gleich im ersten Bund. Man kann diese C-Durotonleiter auf jeder Seite bilden. Man nimmt sich ein beliebiges C. Ich mache es mal als Beispiel auf der zweiten Seite. Diese Halb- und Ganztonschritte sieht man jetzt auf der Gitarre natürlich nicht so schön wie auf dem Klavier, mit den weißen und schwarzen Tasten, sondern bei der Gitarre sieht alles gleich aus. Das ist manchmal ein Vorteil, manchmal ein Nachteil. Wir müssen trotzdem im Kopf behalten, von C zu D ist ein Ganztonschritt oder zwei Halbtöne. Ein Halbton ist auf der Gitarre immer ein Bundabstand. Ganz einfach. Von C zu D müssen wir also zwei Bünde weiter. Von D zu E, haben wir uns gemerkt, war auch ein Ganztonschritt vom zweiten zum dritten Durotonleiterton. Also wieder zwei Bünde. Von E zu F ist nur ein Halbtonschritt, also ein Bund. Von F zu G zwei Bünde. Von G zu A zwei Bünde. Von A zu B zwei Bünde. Und von B zum nächsten C ist es nur ein Bund, die zweite Ausnahme. Wenn du Lust hast, mal das Ganze jetzt auch ordentlich auf die Gitarre zu übertragen, dass du auch wirklich nach Noten spielen kannst, dann empfehle ich dir sehr meinen zehnwöchigen Kurs Gitarre spielen nach Noten. Ein Videokurs in zehn Lektionen, die über zehn Wochen freigeschaltet werden. Und die bleiben natürlich auch danach freigeschaltet, wenn du länger brauchst. Damit kann man es wirklich wunderbar lernen. Ich zeige dir Schritt für Schritt alles, was du brauchst. Und heute und für wenige Tage gibt es einen Gutschein-Code, der dir 20 Prozent spart bei der Anmeldung zum Kurs. Der heutige Gutschein-Code lautet Vorzeichen. Einfach in Großbuchstaben in das Feld. Sie haben einen Gutschein eingeben und dann werden dir 20 Prozent abgezogen. Wie gesagt, es gilt nur für wenige Tage, also nicht zu lange zögern. Soweit, so gut. Das sind im Grunde die sieben Stammtöne, die zusammen die C-Duotonleiter bilden. Dafür braucht man keine Bs und keine Kreuzzeichen. Das ändert sich jetzt aber, wenn wir von einem beliebigen anderen Ton eine Duotonleiter bilden wollen. Wenn wir jetzt einfach mal auf die erste Seite wechseln, haben wir im ersten Bund den Ton F. Wir können jetzt von F aus auch eine Duotonleiter bilden, die F-Duotonleiter. Alles, was wir dazu wissen müssen, ist diese Intervallstruktur der Duotonleiter mit den Ganzton- und Halbtonschritten an den richtigen Stellen. Also wird das natürlich jetzt von F aus genau in denselben Bünden sein wie bei C, weil die Duotonleiter immer dieselbe Struktur aufweist. Also wir machen es mal. Erster Bund F. Ganzton weiter zum G. Ganzton-Schritt weiter zum A. Zwischen dem dritten und vierten Duotonleiter-Ton ist immer nur ein Halbtonabstand. Also rutschen wir hier nur einen Bund weiter. Diesen Ton, diesen Zwischenton, habe ich gerade vorgestellt bei der Klaviatur als A-S. Man nennt ihn aber hier nicht A-S, weil wir das A schon drin haben. Es ist eine Regel, dass in der Duotonleiter niemals A und A-S gleichzeitig vorkommt. Also entweder der Stammton oder seine Erhöhung, sagt man dazu, der Zwischenton. Deswegen gibt es für den Zwischenton immer zwei mögliche Namen. Man kann den Zwischenton auch ansehen als tiefer gemachtes, erniedrigtes B. Und manche sagen dazu dann Bess. Das wäre eigentlich das Logischste. Nur in den Lehrbüchern wird es manchmal auch als B bezeichnet. Im Deutschen ist eben die weiße Taste, sage ich mal, H, und die erniedrigte schwarze Taste links davon B. Ist chaotisch. Ich würde sagen, wir bleiben bei B und Bess. Das macht nämlich Sinn. Also ist der vierte Ton der F-Dur-Tonleiter Bess. Dann geht es zum C. Einen Ganztonschritt weiter, zwei Bünde. Noch ein Ganztonschritt zum D. Noch ein Ganztonschritt zum E. Und am Ende wieder ein Halbtonschritt von E zu F. Wir mussten also einen der Stammtöne jetzt anpassen, austauschen, damit die Intervallstruktur stimmt für F-Dur. Wir mussten genauer gesagt einen Stammton tiefer machen, damit es passt. Wir mussten das B zu Bess erniedrigen. Und fürs Erniedrigen gibt es immer dieses kleine B-Zeichen. F-Dur hat ein Vorzeichen, nämlich dieses eine B, um zu zeigen, dass für die Struktur der F-Dur-Tonleiter es nötig ist, dass ein Ton erniedrigt wurde. Wir machen es mal noch mit der D-Dur-Tonleiter. Hier suchen wir uns irgendein D, von dem wir anfangen. Und was liegt jetzt nahe, dass wir es nochmal auf der zweiten Seite machen? Da hatten wir ja im dritten Bund das D. Wir vergessen einfach die C-Dur-Tonleiter, die wir da schon gebildet hatten, und bilden jetzt, angefangen im dritten Bund, D-Dur. Da haben wir also den Grundton D plus Ganztonschritt zum E. Jetzt ist ja zwischen 2 und 3 auch ein Ganztonschritt. Also können wir nicht F nehmen, was wir bei C-Dur hatten, sondern von E zu Fis. Wir müssen das F erhöhen mit dem Kreuzzeichen, damit die Struktur wieder stimmt, der Dur-Tonleiter. Ganztonschritt, Grundton, Ganztonschritt, Ganztonschritt, Halbtonschritt. Halbtonschritt, so fängt es an. Also müssen wir F zu Fis erhöhen, sonst wäre es falsch. Von Fis, dem dritten Ton, geht es einen Halbtonschritt weiter. Da sind wir wieder bei G, bei einem Stammton. Einen Ganztonschritt zum A, einen Ganztonschritt zum B. Einen Ganztonschritt weiter müssen wir wieder anpassen. Da wäre eigentlich C, das ist aber nur ein Halbtonschritt. Wir brauchen einen Ganztonschritt, also gehen wir zum Cis, das erhöhte C. Und dann haben wir von Cis zu D wieder einen Halbtonschritt, automatisch. Das heißt, wir mussten hier zwei Töne erhöhen, damit die Abstände der Dur-Tonleiter stimmen. Für Erhöhungen gibt es immer das Symbol Kreuz. Deswegen erhält D-Dur als Erkennungsmerkmal zwei Kreuze im Notensystem. Die stehen immer vorne links in der Zeile und man weiß mit einem Blick, zwei Kreuze heißt D-Dur. Denn es gibt keine andere Tonart mit zwei Kreuzen. Und es gibt auch nur eine Dur-Tonleiter mit einem B. F-Dur hatten wir ja gerade. Bisschen kniffliger wird es jetzt, wenn wir eine Dur-Tonleiter anfangen wollen auf einem der Zwischentöne. Können wir auch machen, auf einer schwarzen Taste sozusagen. Wenn wir also bei der schwarzen Taste zwischen D und E anfangen. Das war ja die Frage, die ich am Anfang genannt habe. Wie wissen wir jetzt, ob das S-Dur wird oder Dis-Dur? Es gibt ja immer diese zwei möglichen Namen. Wir bezeichnen mal auf Verdacht den Ton mit S, also als erniedrigtes E und bauen darauf mal auf. Es gibt also in einer Dur-Tonleiter immer nur entweder Kreuze oder Bs. Nie beides vermischt. Dann haben wir also S als Grundton, Ganzton weiter den Stammton F, dann kommt G. Dann nach dem dritten Dur-Tonleiter-Ton ist ja immer nur ein Halbtonschritt. Also kann es nicht A sein, sondern wir müssen das A erniedrigen, damit es passt. Dann wird es zu As. Von As vom vierten Ton geht es einen Ganztonschritt weiter. Zum fünften ist auch ein Zwischenton. Ist B-Flat oder eingedeutscht so halbrichtig Bess. Dann von 5 zu 6 ist ein Ganztonschritt. Das wäre C. Von 6 zu 7 ist auch ein Ganztonschritt. D. Und von D ein Halbtonschritt wieder zum Grundton S. Wir mussten hier also drei Töne mit Bs erniedrigen, damit die Struktur der Dur-Tonleiter stimmt. Könnten wir jetzt nicht genauso gut mit Dis anfangen und entsprechend Töne erhöhen, wäre die Frage. Wir probieren es mal aus. Dann hätten wir eben Dis als Startton. Dis, dann kommt F, der Ganztonschritt. Dann G, das bleibt ja alles gleich. Und jetzt müssten wir aber den nächsten Ton als Gis bezeichnen. Das funktioniert nicht, weil es dieser Regel widerspricht. Es darf niemals der Stammton und seine Erhöhung gleichzeitig in einer Dur-Tonleiter vorkommen. G und Gis in einer Dur-Tonleiter geht nicht. Deswegen funktioniert es schon nicht. Und wir gehen trotzdem mal weiter. Dann hätten wir A, S, C, D und wieder Dis. Da funktioniert es also auch nicht. Der siebte Ton wäre D und der achte, der wieder der erste ist, wäre Dis. Das ist auch wieder ein Widerspruch. Stammton und seine Erhöhung geht nicht in der Dur-Tonleiter. Deswegen kann die Tonleiter nicht von Dis gebildet werden, sondern nur von S. Ich hoffe, das ist einleuchtend, meine Erklärung. Ansonsten Kommentar schreiben und da können wir uns gerne nochmal austauschen. Ich kann vielleicht noch helfen, wenn ich weiß, wo die Probleme liegen. Alles, was du dir merken musst zum Bilden von Dur-Tonleitern, ist die Struktur, die Abfolge von Halb- und Ganztonschritten. Damit kannst du dir jede Dur-Tonleiter bilden. Und wie gesagt, nur wenn du bei einem dieser Zwischentöne anfängst, musst du dir überlegen, ob das Ganze mit Bs oder mit Kreuzen Sinn macht. Und wenn du jetzt Noten vor dir hast und möchtest wissen, welche Tonart das ist, dann musst du immer nur auf die Anzahl der Kreuze und die Anzahl der Bs achten. Daraus ergibt sich das. Und wenn man ganz schnell wissen will, welche Tonart man vor sich hat, gibt es auch noch Merksätze. Der Merksatz für die B-Tonarten ist Frische, Brötchen, Essen, Asse des Gesangs. Was macht man damit? Wenn ich ein Notenbeispiel habe mit vier Bs, dann muss ich nur meinen B-Merksatz rauskramen und die Wörter abzählen. Frische, Brötchen, Essen, Asse. Asse ist das vierte Wort, also ist es As-Dur mit vier Bs. Das funktioniert genauso mit den Kreuzen. Da gibt es den Merksatz G-Du-Alter-Esel-Hohl-Fisch. Wenn ich jetzt drei Kreuze vor mir habe im Notenbeispiel, zähle ich nur drei Wörter dieses Merksatzes ab. G-Du-Alter. Also ist es A-Dur. Die Tonart mit drei Kreuzen. So einfach geht es. Es kann nicht schaden, so ein bisschen Hintergrundwissen parat zu haben, denke ich. Das war mein kleiner Tonleitern-Exkurs. Ich hoffe, du hast es verstanden. Ansonsten frag mich einfach. Ich beantworte meine Kommentare, wie du weißt, regelmäßig. Schreib mir deine Frage unten drunter. Gib mir auch den Daumen nach oben, wenn es dir was genützt hat. Das würde mich sehr freuen. Und abonniere meinen Kanal für viele weitere Videos. Bis bald.